Wolfgang Bell hat sich letzten Donnerstag dazu entschieden, sein Leben zu beenden. Er stand auf dem Rathausturm, den Marienplatz gewandt und rief. Was ist mein Leben wert? Wer kann mich dazu zwingen, wenn ich selbst nicht mehr will? Und die Leute verstanden, sie machten Platz. Doch manche wollten oder konnten vielleicht diese Entscheidung nicht verstehen und riefen Hilfe. Doch Hilfe für wen? Werden!